Bill Kaulitz kämpft mit Liebeskummer und versucht, sich nach einer Trennung abzulenken. Hat Mark Eggers ihn etwa verlassen? Bill Kaulitz macht Single-Girls-Urlaub an Weihnachten. Zwischen Bill Kaulitz, 34, und Model Mark Eggers, 37, scheint bereits wieder alles aus zu sein. Der Tokio Hotel Frontmann hat in einer neuen Folge seines Podcasts Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood angedeutet, dass er kurz vor Weihnachten eine traurige Trennung erlebt hat und nun unter fiesem Liebeskummer leidet. Im Gespräch mit Zwillingsbruder Tom Kaulitz, 34, berichtet der Sänger Anfang Januar von seinem Winterurlaub, der ihn zunächst nach Espen, Colorado, USA, und anschließend zu einer spirituellen Reise nach Bali geführt hat. In Espen hat Bill nicht nur die Weihnachtstage, sondern so einen richtigen Single-Girls-Urlaub mit seiner besten Freundin verbracht. Wir haben beide viel durchgemacht, wir wollen vergessen. Wir haben uns beide so richtig selbst bemitleidet, dass wir sagen, oh mein Gott, wir sind alleine an Weihnachten, und wir haben nur uns, erzählt er seinem Bruder. Die heißen Knutschbilder mit Mark Eggers gehören offenbar der Vergangenheit an. Ich hatte gerade quasi eine kleine Trennung hinter mir. Um die Trauer darüber, dass er Weihnachten, nicht, mit dem Mann, verbringt, mit dem man gerne zusammen gewesen wäre, zu überdecken, werfen sich Bill Kaulitz und seine Bestie in unsere schlampigsten Outfits und feiern eine wilde Party nach der anderen. Dann haben wir uns den ganzen Tag einen reingeklingelt und lagen uns in den Armen und haben uns ausgeheult, wie gemein die Männer zu uns sind, weil so war es ja, offenbart der Musiker. Und fügt hinzu, ich kam gerade aus einer traurigen Situation und war so enttäuscht und hatte gerade quasi so eine kleine Trennung hinter mir. Und dann dachte ich, okay, scheiß drauf, jetzt probiere ich nochmal ganz neue Sachen. Ich muss mich ablenken. So ganz hat Bill den Liebeskummer aber nicht abschütteln können, wie er wenig später auf Bali bemerkt. Ich kam jetzt mit einem gebrochenen Herzen hierher, gibt der 34-Jährige offen zu. Autsch! Mit YouTube-Star und TV-Darsteller Mark Eggers ist Bill Kaulitz erstmals beim Oktoberfest 2023 gesichtet worden. Anschließend sollen die beiden auch gemeinsam zu Heidi Klumms, 50, legendärer Halloween-Party in New York City erschienen sein. Die beiden hätten sogar die Nacht zusammen verbracht. Anfang November schwärmt Bill im RTL-Interview. Momentan hat mir jemand ein kleines bisschen den Kopf verdreht. Nur einen Monat später scheint es sich jedoch ausgeturtelt zu haben. Wie schade! Untertitelung des ZDF für funk, 2017